ein volkswagen eos ist hier zum verkauf angeboten das silberne cabrio hat zwei türen und bietet vier sitzplätze der kilometerstand des autos liegt bei unter 36.000 km die erstanmeldung das cabrio besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie xenonscheinwerfer navigationssystem sportsitze elektrische fensterheber elektrische sitzeinstellung und noch vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 160 ps an das schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,8 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen ein